Herzlich willkommen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Christoph Heidrich und ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Die Unfallkasse ist die gesetzliche Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler sowie für die angestellten Beschäftigten an Schulen in Rheinland-Pfalz. Das heißt, ihre Aufgaben sind die Verhütung und Entschädigung von Unfällen beim Schulbesuch, bei der Arbeit und auf dem Weg dorthin. Neben Schülerinnen und Schülern gehören auch Kita-Kinder, Studierende, freiwillige Feuerwehren und Angestellte im öffentlichen Dienst zu ihren Versicherten. Wenn in der Schule ein Unfall passiert ist, sorgen wir dafür, dass sie möglichst schnell wieder gesund werden. Am besten so, als wenn der Unfall nie passiert wäre. Ziel ist es, dass sie möglichst gesund wieder an die Schule zurückkehren können. Die Rehaberaterinnen und Berater der Unfallkasse Rheinland-Pfalz begleiten die Verletzten vom ersten Moment an und stellen zusammen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten den reibungslosen Ablauf des Heilverfahrens sicher. Außerdem werden Maßnahmen zur Wiedereingliederung besprochen und gemeinsam auf den Weg gebracht. Neben der guten Versorgung nach einem Unfall ist es eine sehr zentrale Aufgabe der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sie dahingehend zu unterstützen, dass es erst gar nicht zu Unfällen kommt. Die Themen in Schulen sind sehr vielfältig. Daher unterstützt die Unfallkasse sie dabei, eine Schulkultur zu etablieren, in der Sicherheit und Gesundheit als selbstverständlich für alle schulischen Akteure gilt. Um unsere Unterstützungsleistung, ihren individuellen Gegebenheiten auch entsprechend ausrichten zu können, beraten wir sie sehr gerne vor Ort, begleiten die Akteure in der Schule zu Sicherheit und Gesundheit und übernehmen auch die Überwachung von Arbeitsschutzvorschriften. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz bietet unter anderem für Schulleitung, Trägervertretungen und Lehrkräfte verschiedene Seminare an. Themen sind beispielsweise Sicherheit im Sport- und Chemieunterricht, gesunde Führung, Gefährdungsbeurteilung und der Umgang mit Konflikten. Wir machen unter anderem Sicherheitsbeauftragte fit für ihre Arbeit und qualifizieren Lehrkräfte zu Sozialkompetenztrainern. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz bietet Unfallprävention, Rehabilitation und Entschädigung aus einer Hand. Dabei ist es eine zentrale Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern. Außerdem kümmert sie sich nach einem Unfall um alles, was von der Erstversorgung bis zur Wiedereingliederung nötig ist. Im Falle einer Minderung der Erwerbsfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder im Todesfall auch um finanzielle Leistungen. Zudem unterstützt die Unfallkasse Schulen auf dem Weg zu einer guten und gesunden Schule. Dazu gehört ein breites Angebot an Projekten und Seminaren zur Schulentwicklung, wie zum Beispiel Gesundheitsmanagement macht Schule. Die Unfallkasse leistet Verkehrssicherheitsarbeit, zusammen mit Partnern wie der Polizei und der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz. Außerdem gehört Netzwerkarbeit, zum Beispiel zum Krisenmanagement an Schulen, genauso zu den Aufgaben der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, wie die enge Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Institut für Lehrergesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017